hallo und willkommen zu einem neuen video und diesmal mit michelle hallo und nein es ist nicht die von logo nein das ist meine freundin wir haben schon mal eine survivalwelt hatten schon angefangen auch unser bams gewachsen auf jeden fall ist hier mein scharf hier ist unser haus ist komisch aus hier ist unsere wasserquelle hier sind ihre pferde das trampolin hier sind ihre pferde der inzwischen alle gleich aussehen nein der unterschied an meinen pferden ist dass das braun ist und das schwarz ist und das andere ist die zuschauer sind gar nicht äh wenn ich hier gerade noch dabei einen keller zu bauen was vielleicht auf der bastelhöhle was sind das für bitte nicht runterfallen ähm ich glaube den markus leitern hier bleibt da unten nein kraft ist leiter gut äh er sagt kraft ist er besorgen äh ja ich kann es erst mal vorbei äh ob sie er wusste nicht so weit ich kann eine leichte wie viel leiter brauchst du denn so viel wie für drei oder ich guck mal eins zwei drei jahr drei stück ich mache dir runter warte es kommt eine leiter geflogen er habe ich noch fackeln ich weiß noch ein paar fackeln runter dass du die endlichste kohle hast nee die dicken ofen oh Gott dieses haus nimm aber nicht alles raus die raste wieder zurück die raste hast das kann ich wieder fahren gehen wir kommen dann auch noch mal irgendwas unterirdisches rein sagen die heißen grüner glasierte keramik keramik ja habe ich nicht gezielt hast du das bekommen die fackeln hast du die ins loch oh Gott hab ich die ins loch ja hab sie und ich bin weil es für unlogisch wäre wenn ich mich selbst wenn ich mich selbst und loge wäre würde ich mich immer dann stitches nennen aber ich bin es nicht also nenn ich mich auch nicht stitches schon voll schlau von dir kann sein sie verarscht er bloß auf jeden fall verarsch ich wenn ich mich selbst hätte ich habe nicht obwohl ich nicht mal guck mal ich habe nicht obwohl ich nicht oben bin unser boden wird auch aus diesem keramik guck aus dem da hier ach man hol mal nicht hol mal neu ach ne ich hol's du holst ich bin ich ich mach nicht alles du kannst nicht nachts schlafen ich weiß das nicht nachts schlafen ich kann aber auch tagsüber schlafen ist echt so voll unrealistisch jetzt wieso komm ich komm nicht mehr hoch ja ich will dir jetzt was sagen aber das das sag ich lieber nicht ich bin ich du bist einfach zu dick ist ja wirklich so ich komm da nicht mehr raus was ist alles gerade du bist einfach zu dick Kevin du bist einfach zu dick Kevin ist ja wirklich so ich komme da nicht mehr raus ich habe leider immer noch nicht habe ich holz dabei ich mache ich mal kraft und dann machst du um die jungen das macht sie hauptsächlich ist auch gut liegt auch neben mir ich bin immer jedem zu besuchen endlich ich kann ja auch mal meine schaukel er ist auch gesorgt hat es gab eine künfterein hast du schon stein sachen das Jahr ich hab Holzsachen alles ich brauche noch mal nur uns zu hast du siehst du gesehen ich habe ein Jahr mein mieter ich mach das scharf ja dein scharf alles so wie es hier ist und du wirst du nicht daran rissen ob es passt oder nicht wenn du mich nur einmal schlägst dann passiert gar nichts woraus hab ich mir nicht so ein Spielsackel gemacht aber wieso schlägst du mich die ganze zeit dein ernst ja ich weiß gar nicht was ich machen soll du machst alles also was soll ich machen sag's mir Bau was hol Pferde wo denn wir sind irgendwo im Nirgendwo du wolltest mich auch Pferde zu holen boah wie unser Boden aussieht weißt du wisst ihr leute ich schaue gerade so rüber und das einzige was ich sehe ist so richtig hässliches grün ja wenn ich so gucke dann sehe ich einfach gar nichts wenn ich auf dem Bildschirm schaue dann sehe ich es aber nicht so sitzt also so liegt ja ich sehe es scheiße da 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 ne da 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 was Oh, schau mal. Ey, es kommt bloß noch Weizen. Ich hab noch nicht mal Weizen da. Oh, ach, da liegt der Weizen. Ja, cool. Ja, also perfekt. Können Sie sich ja gleich paaren. Wie zufällig. Oh, Mann. Wenn Sie sich anschauen. Wir brauchen noch meins. Was, da wollte ich wieder paaren. Geht nicht. Ich geh mal auf die Suche nach nochm Schaf. Ich komm mit. Hast du eine Leine? Warte, wir haben noch im Haus welche. Leute, wenn ihr sein Skin sehen würdet, ihr würdet genauso drauf sein wie ich. Ich weiß, ich hab ein Willi Skin. Aber alle wissen, sie sind meine Freunde zumindest. Habe ich welche? Im Gegensatz zu dir, Kevin, habe ich ja noch einen anständigen Scan mit einem Mädchen. Aber Kevin kommt mit einem Dorfbewunder, der eine Nase hat. Die untere Kiste ist meine, was steht in der Renten. Und dann mach ich doch mal eine, die ist für dich, okay? Bitte lass es. Jetzt nehm dich raus. Hör mal auf. Das ist meins. Meins. Ich hol mein Mais. Ich hol mein Mais. Heiß. Mais? Ja, du kannst nicht holen das Nägen. Ich weiß, ich möchte nur gucken, wenn du hochkommst. Komm ich nach hoch? Kevin, komm hoch. Kevin. Kevin. Kann man Kevin auch mit L schreiben? Kevin? 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 Jetzt ist der Zeit bekommen, um Werbung für andere YouTuber zu machen. Leute, abonniert ConCrafter. Das ist halt die Frage, wie weit dürfen wir weg? Wow. Was fehlt's? Warte mal, ich hab mal eine Idee. Ich mach einfach hier. Oh, ein Ecker. Oh. Kevin, du lässt Sebi rum. Da hinten ist noch ein Schaf. Aber noch ein Sebi. Du, ich nimm mal ein Sebi mit. Ich hab zwei Lein. Wo ist ein Sebi? Da oben ist einer und da vorne ist einer. Äh, nein, das sind Edgars, keine Sebi. Was ist Sebi dann? Ich geh jetzt einfach mal auf Weltreise. Sebi ist eine Crew. Wow. Die wiegt genauso viel wie er. Dum, dum, dum. Keine Eigenwerbung gegen Sebi. Wenn ihr das jetzt so eiskalt anschaut. Tut er. Nein, Scherz. Wir dürfen das Video nicht hochladen. Wieso? Weil er das hört. Cut's raus. Nee, es bist nicht du, Sebi. Nee, wir meinen einen anderen Sebi. Ist ja wirklich so. Wir haben vorhin wieder einen getroffen am Spielplatz. Ja. Wobei so schlau war. Nicht so. Der war eigentlich voll nett. Mhm. Was voll lustig war. Wir schaukeln so eiskalt. Und der kommt einfach so her. So, hi. So richtig reingeschissen. Aber Sebi kommt nicht, äh. Ja. Er ist gar nicht zu uns. Ich finde gar keinen anderen mehr. Muss aber, weil wir haben keine andere Wahl. Wir haben keinen anderen Edgar. Nee, wir können ja so eine große Viehzucht machen. Aber da kommen nur Schafe rein. Da haben wir halt nur ein Schweingehege. Äh, Edgar Gehege. Ja, dann machen wir halt, bis wir ein anderes Gehege hervorherrschweine haben, die Edgars da rein. Ich bin gerade voll weit weg, aber ich habe mich schon ins Bonnpunkt gesetzt. Du bist in den Sponnpunkt gesetzt, eh nicht. Aber du kannst dich ja dann tippen. Ich bin so weit weg. Aua, ich habe mir das Knie gestoßen. Boah, wie das aussieht. Guck mal, wie ist ein Auge. Was? Das muss ich pictulieren. Das mach mal. Ich habe ein Picture gemacht. Das. Nein, das mache ich das. Da hätten wir übel gut ins Haus bauen können. Guck mal, innen drin ist da viel Platz. Lass einfach umziehen. Dr. Auge. Oh, fuck. Boah. Wie weit ist das, was da ging? Oh, fuck. Da ging es gerade so weit runter. Du wärst so tot gewesen, wenn da kein Wasser wäre. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich bin einfach weit runtergesprungen. Bin ich jetzt zu blöd, um da hochzukommen? Oh, ich nehme mal hier schnell... Oh, ich könnte noch anderes Holz mitbringen. Zum Beispiel welches noch? Ähm, Fichtenholz. Das ist ein dunkles Holz. Guck. Ich weiß, was ist Fichtenholz. Das ist ganz... Oh, shit. Das ist Holz hier hingesetzt. Edgar, lauf doch nicht weg von mir. Ich möchte dich... Das ist ein Baby, Edgar. Oh. Ein Grund, nehme ich Mitleid für Edgar. Oh. Wieso Mitleid? Keine Ahnung. Wie sagt Edgar ein Kind? Das, Sibi. Der andere, natürlich. Ja, nicht du, Sibi. Der schaut alle meine Videos. Der hat auf mein letztes Video mit Sibi reagiert. Sibi, den wir heute getroffen haben, sah wirklich so aus vom Gesicht her wie so eine fette Kuh. Die ist sauernd. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Ja. Also ich fahr dann erst mal mit dem Boot weg. Tschüss. Komm am besten wieder. Mal gucken, wo meine Reise hingeht. Hey, wir könnten auch zusammen Boot fahren. Können wir gleich, wenn ich die... Ah, nee, aber dann sind wir für immer weg. Nee, sind wir nicht. Du hast hier einen Spawnpunkt, gell? ja ganz weit weg ich habe bloß ein teich gefunden habe hier muss zum see gehen ja man ist immer täglich ich wollte so richtig cool ja steigt mir da einfach drauf drücken ich kann mich nicht ich kann mich nicht das macht das ist mir beim schirm zu laden fahren ich habe einen Schaaf. Du musst kurz umbringen. Warte, du schlägst es. Aua. Er drückt ganz. Nein, es lüchtet. Warte, ich kam. Komm, gib brav. Hört man es auf? Hey, kommst du? Ich schwimme. Komm jetzt. Hey. Nein, ich habe gesagt, ich schwimme. Drück auf die Tafel. Geht nicht. Scheiße, da vorne ist Institution. Nö, für mich nicht. Für mich nicht. Wee! Dann baut sich. Rosen! Gut. Ich schwimme schon hin. Und dann steigst du da ein. Oh, wie viele. Und Schilf. Äh, Sehroh. Ich sag Schilf, weil meine Freundin hat mit mir mal das auch gespielt. Und dann hat sie so gesagt, da ist Schilf. Und sie, das sind Sehrosen. Äh. Das sind, äh, das ist Schilfroh. Und sie so. Schilfroh. Aber weil sie sich nicht merken konnte, sie waren es dann immer Dings. Nein, da ist noch eine Rose. Komm jetzt. Nö. Da ist noch Schilfroh. Schilfroh. Das Schilfroh ist ins Wasser gefallen. Das Brot kommt. Steigen sie ein. Die Fahrt geht los. Drücken sie auf Tafel. Sobald Tafel kommt. Kann sie bitte rückwärts fahren. Doch jetzt. Ja. Wir gehen auf Reise. Warte, so. Oh, es geht in die Weite. In die Weite. Kannst du halt nach hinten schauen? Ne, auch nicht. Wenn du irgendwas im Wasser siehst, sagst du uns, Oh, wir fahren es nichts. Ja. Ich seh, diese Wasser haben wir immer so sehen. Kommt wieder nichts. Oh, das, das Schwimmquallen. Geil. Guck mal da hinten, das war's. Was? Wo? Das ist ein unterirdisches System oder so. Ne, das ist einfach nur so ein Stück Ding, das einfach weggepackt ist. Kevin, wo geht's raus? Ich hab doch, ich kann das dp'n. Ah, gut. Wenn nicht, dann haben wir Pech. Tom, Tom. Doch, ich weiß noch, wo ich gelaufen bin. Wer denn gefahren? Oh, da ist das Ende. Hui. Alter. Hui. Die Insel. Soll ich dir was sagen? Scharf. Scharf. Sie hält mir ein Scharf ins Gesicht. Ich kann blühe scharf. Eine Insel. Oh, gut. Hey. Ja, gib halt an. Ein bisschen gestrandet, warte? Oh mein Gott. Schau mal, was hier ist. Das sind Kaktüsse. Kaktüsse, Kaktüsse. Warte, ich komm mit meinem Boot, gell? Du musst einsteigen. Ne, ich hol mir jetzt erstmal ein paar Kaktüsse. Stell dir vor, wir könnten zu einem Auto zu zweit einsteigen. Ist ja voll geil. Ist ja voll geil. Es gibt ja Autos. Ich habe jetzt einen Ferrari, einen Lamborghini zu drin. Lamborghini kennst du und ich habe einen Ferrari, wo... Das weißt du doch. Stopp. Vormleinsang, Polizeibagen, alles. Ich frage mich nicht, warum ich mit dir zusammen bin. Ähm, was soll ich hinfahren? Ähm, warte ich mal... Ich bin grad vor dir. Warum... Wann ist tatsächlich Essen fertig, dann müssten wir kurz Stopp machen. Und der Part ist eh gleich zu Ende. Gibt's echt schon. Komm jetzt. Warte kurz, du brauchst noch Samt für die, äh, Dinger. Für die Kaktüsse. Gib mal alle Damen hoch, wenn, äh, ich mein Skin behalten soll. Oder ob ich einen anderen Tafen, äh, machen soll. Sollen wir einfach noch eine Folge aufnehmen? Klar. Wenn eine Tafel kommen wird. Tafel. 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 Ähm, also vielen... Also, warst du hier für den Part. Ciao. Tschüss. Beispielcaal.